es ist es ist halb elf und das intro ist einfach scheiße laut ja wir dachten uns also felix und ich der ist auch am start gerade wir dachten uns wir zocken mal was neues an hier und zwar brain bread 2 und ich muss zuallererst erst mal dieses scheiß audio leise machen da kriegst du ja direkt tinnitus geschirrsturz geschirrsturz dieses eckerhafte klicken das ist das ist jetzt schon so keine ahnung ich finde diesen komischen diesen verpixelten stil finde ich wie ganz lustig die mann die mann die mann die mann die mann guter anfang hey ja besser anfang maus ich weiß direkt noch mal weiß leider nicht wie laut das im spiel ist das macht mir ein bisschen angst sprach empfangs lautstärke und dann können wir das mal auf euch selber bis runter hier den ganzen bullshit so anwenden wenn ihr seht ja jetzt grafik ja alles hoch wie immer video alles klar ich bin soweit ich warte auf dich ja ja ich weiß eh nicht wie das geht ach ja in der zeit dass man mein bürchen trinken schönes mitternachts bürchen muss am start sein voll mit der nacht um halb elf bis vor mit der nacht naja egal abends halb elf in deutschland ich muss sagen ich feiere die musik so ein bisschen die ist voll schön oder hoch 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 okay dann ja auch alles hoch was warst du schon mal du bist gerade in dem menü ich finde diese ekehafte klaviermusik mit diesem verpixelten stil bei dir rauscht ist doch sicher auch so komisch oder ja ja und dann diese komische leiche da auf dem klavier das sieht so geil aus charaktere okay man kann den einstellen marina joe ach du scheiße boah ey diese grafik die ist der hammer klick mal bitte auf wenn du fertig bist auf profil dann charaktere und gemma anstatt auf marina auf joe washington und guck dir mal die arme an okay mach ich gleich muss kurz mal meine alter der pants man das auch richtig geil sieht aus hätte der sich vorne beschissen wo ich nehme den security guard der ist geil sound setzungen überlebender default johnson ich bin überlebender johnson und oder die vor spiel dieses anwenden dieser anwenden button in option bei dir auch aus dem bildschirm aus ja du musst bei moment option und da musst du bei video auf auflösung 1920 x 1080 gehen und dann anwenden natürlich dann ist das ende das n genau bei mir am bildschirmrand okay wenn wir nicht denn erlauben aber egal bis muss ja nicht ich weiß aber es heißt irgendwie kann man irgendwie kann man die nicht mehr anpassen die leute das ist voll behindert ich hab mir security guard genommen und steht dann anpassung skin kopf körper man kann einfach nichts anklicken ach doch hier oh leute das sieht man ja gar nicht ich muss mal klopper mir kurz licht ausmachen damit ich was sehe joe washington cool jetzt sehe ich das erst wen hast du genommen äh security guard habe ich genommen aber guck dir mal die arme von joe washington oder guck dir mal den pants man an wäre jetzt richtig beschissen vorne ich nehme einfach security guard so dann machen wir noch kopf und den körper ach so fette schusssichere weste hier am start alter sieht aus wie so eine rocke warte mal ein unfähiger ein unfähiger soldat das macht mir richtig richtig spaß alles klar ich hab mein fertig ich auch okay gehen wir aufs spiel ne ich hab den noch nicht ha ich muss ja auf anwenden drücken ja hau und setzungen upsala ok spielen ja spielen ähm so ne ich spiel oder tippe ich mal ne ich spiel ok kann man ja irgendwie jemanden ah kannst du mich einladen oder sowas Passwort mach mal irgendein Passwort rein äh lpu maximalspieler 2 npc ansturmstufe 1 lass bitte erstmal 1 ich weiß gar nicht ok hostname lpu 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 bestes bester host und bestes Passwort erlaube spätes zukommen kein teamwechsel wenn spieler stirbt erlaube npc ziele zu beeinflussen mercy value man kann nirgendwo hin und verstärkung kommt nicht äh startespiel glaub muss ich mich dann einladen oder doch mal gucken mal gucken achso der ladebalken ist einfach besteht aus musiknoten was ist das denn ist das irgendwie so musikspiel oder was achso übrigens das ähm erinnert mich sehr stark an normal room in hell wenn ihr das noch was sagt ja wenn ihr infiziert seid werden untote euch nicht mehr angreifen aber spieler untote und bosse können euch töten kannst du mich schon einladen ich bin noch im ladebildschirm aber ich gucke mal ich komm gar nicht bei steam rein doch jetzt oder fuck ne doch nicht äh ich bin schon bei freunde drinnen aber empfehlen sie ne ne hier steht aber einer neben mir ich weiß gar nicht wie das geht wo der fuck was hab ich denn jetzt gemacht alter ich hör schon Zombies und überall Schüsse warte ich muss erstmal kurz Audio Laser machen Jo geil hier kommt direkt der erste Zombie äh Felix ja du musst mich mal einladen alter what the fuck ähm Moment nein nicht Mitspieler oder warte mal oder mach einfach beitreten keine ahnung zum spielen einladen mach da beitreten du spielst zurzeit auf keinem Spielserver okay oh fuck Felix ja oh das wird heftig das wird richtig heftig du spielst zurzeit auf keinem Spielserver ich so zum tipp ja fuck alter hä bin ich jetzt infiziert oder das schießt schießt den in den Kopf und die sterben nicht schießt den in den Kopf und die sterben nicht schießt den in den Kopf und die sterben nicht äh wie interagiert man hier überhaupt schießt hast du spieler auf zwei gesetzt ja allem in allem youtube ja ok die und toten haben sich durchgesetzt ach ich bin Zombie jetzt oder was hä ich check das Card 0 warte mal Runde beginnt in 3 2 1 jetzt ja wie gesagt äh der findet nichts bei dir ok Moment ähm ich weiß gar nicht wie man hier wieder rauskommt Option Neustart Verbindung hm ich hab gedacht du magst die schwulen Party what the fuck was 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 ist das denn du hä mach du mal einen auf bitte ok oder wir gehen komm wir gehen auf Server finden und join einfach irgendwo rein ne 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 lp u password b u aber klein ich hab gedacht du magst die schwulen Party das steht ja jetzt mal da oh so so da bin ich wieder drin das war grad ein bisschen fail ich hab auch gesehen das Spiel komplett verlassen aber auf jeden Fall werde ich direkt erstmal die Maus einstellen Mausempfindigkeit 6 einfach voll machen was ist ein Mausbeschleuniger oh es sind aber einige an Zombies ne ja ja ich weiß das ist direkt übertrieben Felix spielt zurzeit auf keinem Spielserver ich glaub wir müssen echt ne äh wie hast du das genannt lp u ne lp u plus hm äh Filter ach du scheiße warte mal äh Mapkarte ah ne Map heißt Karte kein Passwort ne mit Passwort äh Scheiße ich weiß nicht mal wo man hier was eingeben kann man ich glaub wir sollten echt mal einem äh Dings joinen ich hab dich hier nicht drinnen bei unter Freunde ja bin ich auch dabei warte alles klar Internet Internet wie nehm ich denn das auf ok ok okay roten Server auf jeden Fall nicht кас Bist DU Top? sucht du? wen? dass du suchst würde? nö gerade nicht also jetzt da gucken trust gerüst oder bist du schon irgendwo draufARR äh ne noch n 아니 also du hast aber sicher auch spieler zwölf und zwölf dann elf zehn neun acht ...sechs ja fastest group mit password würde er auf 1 05 gehen ja könnte man dann lasst es kommt mal ganz runter ja hast du da elimination objektiv das glaube auch mal saven oder sowas hast du official brain bread to new york raute 3 aber ich nehme da einfach mal drauf mal gucken was es ist ok ich bin glaube ich schon gleich drauf ja mein ladebalken ist voll aber irgendwie trennende munition kann deine gegner aufleuchten ah jetzt bin ich drauf klar erst mal ist die werbung oder was ich bin so weit war und beginnt in fünf vier zwei und ich muss zum spielen weil team folger was ja na ja okay zum wie ich bin sehr eklig ich weiß noch nicht wie ich das gerade gemacht habe aber kannst du es lesen hallo ja okay ach du scheiße ich sehe dich glaube ich okay hätte ich nicht dass ein bisschen viele zombies warum sind das so viele zombies ich glaube ich weiß wo du bist nee weißt du nicht wie kann man hier kriechen geh weg da warst du also die musik ist voll geil okay irgendwie ist das dieselbe das ist wie csgo oder von der steuerung her ich bin voll alleine wo ich hänge ich hänge ich bin tot alter ist das schwer ich hab ein messer jetzt wird geneigt wir spielen ist richtig eklig alter noch schlimmer ist dings zu spielen glaub mir ja da kommt doch gut angerannt weißt du wo ich bin ich würde gerne mal ein bisschen hier die map erforschen so auch verpüß dich wie kann ich hier was machen ja geil können die auch kann ich hier rumfliegen ach so ich regeneriere na wo läufst du den zombie ey das ist mega übertrieben ne das ist übelst schwer ach so jetzt gibt es noch ein anderer spieler am spielteil echt jetzt ja ich hoffe der kommt zur survivorwahl ist das dein ernst du hast mich todes erschrocken alter ey das war einfach dunkel darum ich hab nichts gesehen ja der ist survivor gegangen ey wie kann man hier wie kann man hier dings anmachen licht gibt es hier überhaupt licht oh was war das salve ich hab Licht gefunden flaschleit ha hätt ich drauf kommen können bist du in der Glück? nö ich hab den getötet okay das aiming ist übelst komisch hier von da musst du einfach nur drauf halten na du zielt es auf den kopf aber er gibt kein headshot ne geil ach da ist er ich seh ihn boah alter ist das heftig ich komm hier nicht rein ach so und ich baue Wand ha alles klar ist da auch nur und ich baue Wand ne ey warum komm ich hier nicht hoch kann kann ah warte mal mit v kann ich zuhauen du kannst ja he wo ist denn der penner? showfish ist der zombie hier grad gesturmen komisch ey du kannst sogar äh sneaken kannst du na ich nicht als zombie echt nicht? lol wo hat denn der die Axt her ja ja wie wird's komisch hier mit dem aiming denn es irgendwie nicht schau gib den jetzt einfach mal eine mit der Waffe cool ich bin übrigens zündert ja du bist hinter mir? glaub ich eher nicht aber da ist Joe Fish ja ja der ist bei mir genutzt bist tot? Alter hör auf damit da geh ich halt die andere Seite lang immerhin geht links weg alter ich möchte Team wechseln alter ach so das ist wieder Salvo oder was ok genug ja lass mal noch kurz was anderes suchen ich würde gerne mal gucken wie das geht mit mit Coop halt Jo. So, auf jeden Fall werden wir später nochmal wieder zocken, wenn dann vielleicht Updates oder sowas rausgekommen sind, aber jetzt gerade, hat zwar kurz Fang gemacht, aber, oh warte mal, oh wie jetzt, aber, jetzt hab ich vergessen, was ich sagen heute. Alter, warte mal, ähm, kennst du das Video mit dieser komischen Schildkröte? Ähm, die so komisch dönt? Die so, äh, hier gibt's Kuscheltiere in der Ecke, die kannst du anklicken und da kommt genau dieses Geräusch aus. Es sind zwei Schildkröten übereinander. Läuft, würde ich sagen. Ja, gut, ich würde sagen, dann machen wir jetzt ja erstmal Schicht im Schacht mit dem Spiel. Wortwörtlich Schicht im Schacht, weil ich bin wirklich gerade in dem Schacht drin. Ne? Und dann gucken wir mal, was da weiter für Updates rauskommen. Und ich würde sagen, bis dahin. Haut da rein! Wir wissen heute. Bis zum nächsten Mal.